Catherine, Princess of Wales, Aufnahmen der zeigen sie als royale Eisbrecherin. Nicht nur Soldat, Innen, Musiker, Innen- und Pferdeproben aktuell für die Krönung von König Charles. 74, am Wochenende. Auch die britische Königsfamilie traf sich am 3. Mai in der Westminster Abbey. Um sich auf das bedeutende royale Event vorzubereiten. Mit dabei waren auch Prinz George, 9, Prinzessin Charlotte, 8, und sogar Prinz Louis. 5, die mit ernsten Gesichtern die Kirche betraten. Doch die Aufnahmen zeigen auch eine strahlende Catherine. Warum ihre Rolle in der Familie, vor allem mit Blick auf den heimkehrenden Prinz Harry. 38 nun von besonderer Bedeutung ist, sehen sie im Video. Verwendete Quelle, Miraocom